Die extra Berechnungen für alle Fälle. Das hier ist, theoretisch, der Bauplan einer fliegenden Plattform. Jetzt müssen wir sie nur noch bauen und herausfinden, ob ich recht habe. Willkommen zurück. Ich bin gerade so ein bisschen hinten dran im Spiel, aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Gut, auf geht's. Gehen sie jetzt ran. Cool and fresh. Gut, hätten wir das an die Schwerkraft Plattform. Ja, wir müssen sparen. Wir müssen erst mal schon mal einsetzen. Okay, der startet. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil Nervensäge ist wieder am Start. Ja, ich muss ja die Angebote warten. Gut. Ich muss ein bisschen sparen. Bin noch ein bisschen am überlegen. Weiß nicht, kam hier noch irgendwas? Ähm, ich glaube, ich bin dem Spiel hier zu schnell gewachsen. Äh, ich bin eben am überlegen. Ob ich mich nachher noch Kredite aufnehmen kann, um das schneller durchzuwursten. Ziele. Die Parkplätze, ne? Also, zwei, drei, fünf, sieben. Ja, das ist alles nicht das Problem. Ich will mich sofort überspringen. Oberland, das, 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 das. Mission erfüllt. Kredite, wie viel? Zwei Plattformen, drei Plattformen. Hier. Ich will alle Kredite nachher nehmen, um einfach nur schnell durchzurasen. Solche Jacke wie Hose. Ich kann nur zwei nehmen. Rückzahlung gesamt. Ich will den Kredite loswerden. Der nervt mich. Der nervt mich einfach. Gut, aber ich kann ihn momentan eh nicht mehr machen. Na? Eigentlich mit meinen Einnahmen aus. Was macht am meisten Verlust? Doppelrad. Das hier. Das ist der Crashländer. Oder ist der Crashländer schon wieder kaputt? Crashländer, äh, brennt vor sich hin. Kann man so machen. Ist dann halt auch so. Ja, das ist das Problem. Es passiert nicht mehr viel. Ähm. Ich muss auch für die Bedürfnisse wieder fit kriegen. Ich denke, es ist schon eine andere Nummer, ne? Das ist definitiv eine andere Nummer. Was ist jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das ist jetzt nicht mal was. Aber ich gehe jetzt einfach mal hoch auf 15 Cent. Das ist ziemlich in Ordnung. Wir müssen ja auch viel zusehen, dass wir Geld generieren. Preis ist ziemlich in Ordnung. 15 Cent. Okay. Dann sollten wir uns jetzt mal einfach mal an die Preisoptimierung ranwagen. Und gucken. Ähm. Ähm. Ja, Crashländer. Das werde ich wahrscheinlich... Ich wahrscheinlich... So wie es aussieht, werde ich das, ähm... Kleine Getränkeautomat. Ähm. Wir haben noch garantiert hier irgendwo... Geld-Domat. Ja, wir müssen halt einfach zusehen, dass wir nicht zu viel Geld verbraten, ne? Ja, jetzt muss ich erstmal wieder Geld in die Tasche. 50% Zufriedenheit. Das kriegen wir dabei. Hatte ich hier nicht irgendwo noch Geldautomaten? Ich dachte schon da. Ähm. Geldautomaten. Ich denke, Automat. Geldautomaten mehr. Geldautomaten dürfen ja nur die Minus fahren. Keine Geldautomaten. Das kann nicht sein. Ich habe doch welche gebaut. Ich weiß nicht, welche ich gebaut habe. Hier ist einer. So, was sind die Gedanken? Gehen wir hoch auf 5, 10 Cent. Aller synchronisieren. Okay. Das ist natürlich jetzt eine andere Nummer, ne? Ja, okay. Die dürfen also kein Geld kosten. Okay, okay, okay. Die dürfen dann quasi auch kein Geld kosten. Das ist echt ein Schnapper. Wir gehen hoch auf 9. Okay, okay, okay. Das Geld habe ich ja noch. Ja, ich muss irgendwie zurechtkommen, ne? Mit Piratenpläte. Sieht wirklich jetzt Piratenpläte? Ja. Geht hier komplett ab, ne? Ich kriege irgendwie nicht mehr Leute in den Park. Ich glaube, der ist schon zu weitläufig geworden. Ich müsste mich in so eine Richtung jetzt noch ausbauen. Aber es wird, es wird, es wird. Oh. Das ist ziemlich in Ordnung. Genau. So, was decken sie hier? Das ist ziemlich in Ordnung. Also ich glaube, an den Preisen braucht man nicht groß was ändern. Ja, es muss ja irgendwie Geld reinkommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier gucke. Das ist ziemlich in Ordnung. Also es lohnt sich ja noch nicht mal die Preise zu ändern. Ja, das ist ja das. Ja, Knoblauchpizza. Das ist ziemlich in Ordnung. Also das ist ja so ein bisschen die Krux an der Nummer. Ja, der nächste Parkplatz gebaut. Ja, schönen Dank auch. Hier. Hier? Ja. Ja, schönen Dank auch. Ja, Kifi-Pizza. Lecker. Hm. Wir sind absolut unzufrieden. Deswegen verschwinden wir. Genau. Toiletten. Dann knüppeln wir mal ein paar Toiletten dahin. Wir müssen ja schließlich irgendwas tun. Dann eine Toilette. Die ist Toilette. Jo. Hier nicht irgendwie so eine Toilette irgendwie hindrücken. Genau, hier. Eine dahin. Eine dahin. Wenn wir schon mal hier oben sind. Das ist sinnfrei. Aber die werden wahrscheinlich nur einmal irgendwie Geld kosten, ne? Das ist eine Toilette. Hinten? Ja. Toilette. Oui, little. Es ist schwer, hier eine Toilette zu finden. Schön wäre es, wenn man so ein Tool hätte, wo man die, ähm, äh, so Gebiete sieht. So, jetzt lassen wir das mal ein bisschen laufen. Mal gucken, ob das jetzt hoch geht. Das sieht katastrophal hier aus, ne? Ich komme auf, wieso, keinen grünen Zweig. So ein Ausgang. Bau, ja. Ja, ist nicht geil. Das ist Sondereinkommen. So. Zulonsbelohnung. Die kommen hier auf nicht so einen grünen Zweig, ne? Ja. Oh, nee. Oh, du dreckiger. So ein dreckiger Haufen, ne? Ja. Zulonsbelohnung. Sehr gut. Alles gut. Okay. Das ist gut. Jetzt ist es gut. Hmm, kurve. Vielen Dank. Ey, geht mir hart auf Eier. Die Mission ist nicht schwer, die Mission ist einfach nur seltsam. Ja, jetzt geht's. Danke. Ist das eine Scheiße. Ja, wir müssen das ein bisschen anders machen. Nein. Jetzt geht das wieder nicht, ne? So was nicht. So was nicht. Steigung des verbundenen Wegs zu... Ich hasse es. Ich hasse es jetzt schon, ne? Ja, es ist... Es hat mich voll verbaut, ey. So. Ja, es ist... Dass man nicht einfach wieder zurück kann, ne? So. So. Fuck. Das geht so nicht, weil hier alles im Weg steht. Danke, Spiel. Ich bin echt kein Freund mehr von diesem Spiel hier, ne? Ich bin da echt gar kein Freund mehr von. Anders. Bewegen. Die Mission ist einfach doof. Ey, Warteschlange ziehe ich aber bis hier ran hier. So. Ich hoffe, wir kriegen dieses Weg jetzt hier langsam mal irgendwie geschissen. So. Ich will jetzt nicht gleich eine Kurve draus machen. Geldmittel reichen nicht aus, schönen Dank auch. Es geht mir so hart auf die Nüsse. Gut, ich muss erst mal weiter laufen lassen. Ich habe jetzt ein paar Plätze hingezimmert. Ich muss etwas impulsifizieren. Kann ich ein zweites Mal impulsifizieren? Sind die Warteschlangen bei dir? Ich möchte dich gerne haben. Wir müssen so langsam echt mal Geld reinkriegen. Da kann ich jetzt endlich Wege bauen. So. Zack. Dass endlich mal irgendwie ein bisschen Geld reinkommt. So klar, dass hier noch was hinkommt. Denn ich musste hier umbauen. Aber ich bin echt teilweise jetzt versucht neu anzufangen. Wir gucken jetzt nochmal, wie weit wir kommen. Ja. Hat mir jetzt die abgerissen. Boah, ey. Stopp. Moment. Das hat mir weggerissen. Ja. Danke Spiel. Danke. Ich bin ja wie immer sehr verbunden. Boah, das ist nicht cool. Aber ich bin echt versucht, das Level hier neu zu starten. Bin echt versucht, das Level hier neu zu starten. Ich glaube, das kriegen wir hier nicht mehr hin. Ah, ich lasse jetzt weiterlaufen. Ich kann es gerade eh nicht ändern. Ich bin echt versucht. Aber irgendwie komme ich nicht zum, zum grünen Zweig, ne? Sieben Monate, ja. Ich bin echt auf den Sack, ey. Jetzt das Ding hier nehme. Kann ich das hier irgendwo hinklatschen? Müssen wir das hier irgendwo hinbauen? Platz habe ich. Dann würde ich aber auch den Weg jetzt erstmal anders bauen. Dann würde ich jetzt hier komplett erstmal wegreißen. Und würde ich hier hin. Das ist momentan alles so unendlich teuer. Jetzt stellen sie sich den wieder an. Ist okay. Sollte vielleicht mein Konzept von meinem Park nochmal überdenken hier. Ja wenn ich das jetzt wieder zum Beispiel wieder baue. Gut. Ja es bleibt mir anders über. Ich muss erstmal warten. Jetzt muss irgendwie mal ein Geldsegen kommen. Ja jetzt kommen wir die abartig teure Bänke. So jetzt kriegt man ja wieder Geld ran. Jetzt bin ich ernsthaft im Überlegen. 1700 Bin ich ernsthaft im Überlegen. Muss noch was impulsifizieren. Zorn ist hier. Die hat mal wieder Fehlfunktionen. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.